Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, gut gemacht, Joralinas. Hä? Aber wo ist sie denn nur? Danke fürs Blasenzerplatzen. Das hat Spaß gemacht. Ich danke dir, Joralina. Und jetzt gehe ich auf den Ball von Cinderella. Bis bald. Ach, nicht so schnell, junge Dame. Erst musst du noch aufräumen. Oh, wir helfen dir. Das wird lustig. Ja, wir machen es zusammen. Was für ein großes Glück, Freunde wie euch zu haben. Alle Pfoten und Hufe bereit machen. Herzen, Hufe, Pfoten. Ja!